Gemeinsame Red-Carpet-Bilder sagen mehr als tausend Worte. Mats Hummels hat sich beim Ballon d'Or Arm in Arm mit seiner neuen Freundin Nicola Kavanis gezeigt. Auch Käfi Hummels äußert sich zum Pärchendebüt ihres Ex-Mannes. Ob Fußballfans und Instagram-Follower innen das wohl erwartet hatten? Seit Monaten gab es Gerüchte über eine angebliche Beziehung. Mit einem gemeinsamen Auftritt haben Mats Hummels, 35, und Nicola Kavanis, 25, ihr Glück nun der ganzen Welt gezeigt. Käfi Hummels äußert sich zur neuen Liebe ihres Ex-Doch wie findet Käfi Hummels, 36, das Pärchendebüt ihres Ex-Mannes? Jeder von uns stürzt sich in etwas Neues und findet so sein Glück, sagt sie jetzt im Interview mit RTL. Die Influencerin und Moderatorin war von 2015 bis 2022 mit Mats Hummels verheiratet. Das einstige Paar hat einen gemeinsamen Sohn, den sechsjährigen Ludwig. Mats ist in einer neuen Beziehung. Ich konzentriere mich auf meinen Sohn und meine anstehenden Projekte wie mein Charity-Christmas-Event für Kinder im Dezember in München, erklärt sie weiter. Beides ist doch auf seine Art und Weise schön. Red Carpet-Premiere für Mats Hummels und Nicola Kavanis im Rahmen des Ballon d'Or, einer prestigeträchtigen Preisverleihung, bei der in Paris die Weltfußballerin bzw. der Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet werden, haben sich die beiden am Montag, 28. Oktober 2024 Arm in Arm von den anwesenden Fotograf, innen auf dem roten Teppich ablichten lassen. Beim gemeinsamen Red Carpet-Debüt präsentierte der Profifußballer sich im Smoking-Model und Influencerin Kavanis kam in einer atemberaubenden Abendrobe. Ihre Looks konnten aber kaum von den strahlenden Gesichtern der beiden ablenken. Auf dem Instagram-Account der Veranstaltung gibt es auch Bewegt-Material des Auftritts zu sehen. Hand in Hand liefen Hummels und Kavanis vorbei an Fans, um schließlich für die Kameras zu posieren. Glück in der Liebe Zwar schaffte es der ehemalige Star von Borussia Dortmund, der mittlerweile bei der ASROM spielt, bei der Fußballpreisverleihung nicht auf die vorderen Plätze. Das dürfte ihm bei dem bezaubernden Auftritt neben Kavanis aber vermutlich herzlich egal gewesen sein. Hummels teilt sich Platz 29 mit Artem Dobik, 29. Spekulationen über eine Beziehung zwischen Mats Hummels und des rund zehn Jahre jüngeren Models Nikola Kavanis gab es bereits seit geraumer Zeit. Bisher hatten die beiden sich jedoch nicht dazu geäußert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017